Walter Ulbricht steht am Kai von Rostock. Drei Schiffe der DDR-Handelsflotte sollen auslaufen. Walter Ulbricht informiert sich. Wer fahrt hier hin, Genössen? Kuba. Was nehmt ihr mit? Maschinen und Fahrzeuge. Und womit kommt ihr zurück? Apelsin. Ich denke, das ist eine gute Sache. Er geht zum zweiten Schiff. Wo fahrt ihr hin, Genössen? Angola. Was nehmt ihr mit? Maschinen und Fahrzeuge. Und womit kommt ihr zurück? Bananen. Das ist eine sehr gute Sache, denke ich. Drittes Schiff. Wo fahrt ihr hin, Genössen? In die SU. Was nehmt ihr mit? Apelsin und Bananen. Und womit kommt ihr zurück, Genössen? Mit dem Zug. Das wix geht, Genössen. Das wix geht, Genössen. Ja. Ja.